Ja hallo und herzlich willkommen und eine kleine Info, nämlich JBK, ein Freund von mir, hat was hochgeladen und es bekommt relativ wenige Aufrufe, da die Subbox gefehlt hat. Und ja, ich dachte mir doch eigentlich mal, ich könnte hier mal ein Infovideo machen. Und ja, wenn ihr auf so Record-Ampisoden steht, das heißt, ihr nennt das Maxisode, da sind halt seine Leftover und seine eigentlichen Clips drin und echt richtig nice immer. Und ja, er ist auch deutsch und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal bei ihm vorbeischauen und vielleicht auch ein Abo dalassen. Bis dann!